Im Weindorf Zeutern war es wieder mal Zeit für Straßenfest. Auf circa 100 Meter Festmeile gruppierten sich die ansässigen Vereine mit liebevoll geschmückten Zelten und zahlreichen Tischen und Bänken, die allerdings vor dem Fassanstich noch auf ihre Gäste warteten. Nein, hier wird ein kleines Fässchen voll des edlen Rebensaftes angeschläuchelt. Pünktlich um 17 Uhr machte sich der Musikverein auf den Weg und nahm gleich die Festwirte und die kurpfälzischen Weinhoheiten mit. Bürgermeister Toni Löffler begrüßte die Gäste und die Weinkönigin hatte die Ehre, das erste Mal in ihrer Amtszeit in Zeutern auf dem Straßenfest das Weinfässchen anzuschläucheln. Die Zuschauer und ganz besonders die aus Zeutern, denn die werden ja auch die Weinschläuchte genannt und kennen sich aus in dieser Materie, hatten ein etwas kritisches Auge auf das Geschehen. Hut ab und bravo, es ist alles wunderbar gelaufen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Wein wurde in kleine Gläschen gefüllt und an die Gäste verteilt. Na dann Prost auf ein geselliges Straßenfest in Zeutern!